Nach dem schrecklichen Terroranschlag in der Türkei stellen sich viele Reisende die Frage, ob sie ihren Urlaub kostenlos stornieren können. Hallo, mein Name ist Markus Mingers von der Kanzlei Mingers & Kreuze. Heute beschäftigen wir uns mit einem sehr belastenden Thema, nämlich den Terroranschlägen. Unlängst ist in Istanbul Schreckliches passiert. Jetzt stellen sich viele Leute die Frage, kann ich von meinem Urlaub zurücktreten? Wenn man einen Urlaub nach Istanbul gebucht hat, dann ist das sicherlich eine ganz heikle Geschichte. Die Frage hier im Reiserecht ist, liegt höhere Gewalt vor? Wenn also höhere Gewalt vorliegt, dann habe ich juristisch ein sogenanntes Rücktrittsrecht. Es ist jedoch juristisch völlig umstritten, wann höhere Gewalt vorliegt. Es gibt also keine klare Rechtsprechung, ob selbst Terrorgefahr höhere Gewalt rechtfertigt, was ich als absoluten Wahnsinn empfinde. Jedenfalls ist juristisch eine höhere Gewalt dann gegeben, wenn das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgesprochen hat. Für mich völlig unerklärlich hat das Auswärtige Amt für Istanbul bislang keine Reisewarnung ausgesprochen, sodass wir also hier juristisch Schwierigkeiten haben, das durchzusetzen. Wer zum Beispiel einen Urlaub gebucht hat an die türkische Riviera, dem steht sicherlich kein Rücktrittsrecht zu. Die Reiseveranstalter zeigen sich momentan jedoch sehr kulant und gehen auf die Kundenwünsche ein, wenn diese eine Reise nach Istanbul gebucht haben, sodass zumindest auf diesem Weg unjuristisch Ihnen hier weitergeholfen wird. Wenn Ihnen unser Video gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie das Video kommentieren, wenn Sie uns ein Feedback geben, vielleicht ein Thema aufzeigen, was Sie interessieren würde. Wir nehmen das gerne auf und wir sehen uns dann bald wieder.